Ich habe einen Spreepot, ich habe einen Spreepot. Oh, ich brauche keinen Blood Cluster. Kann ich nicht. Komm mal, Thorsten. Nice. Oh, ich habe den eh schon gespottet. Ich habe den sogar hochgeschossen. Oh, ist er da? Ich habe das Gefühl, mit Ivan bekommt man keine TPS mehr. Ich mache überhaupt nichts hier, ich komme zu gar nichts. Machst gar nichts, komm nicht mal zu. Chaos Sturdy. Ja, guck mal, du bist Romy. Ich habe den Buff-Restall, der Ember Priest. Ich mache den Großen auf. Und jetzt wieder zusammenkommen, bitte. Großer down. Die Mane schon rausgeholt. Bumble. Spark. Chaos Bolt. Chaos Bolt ist safe. Auf. Ich werde mal Healing Stream entblieben. Ich habe schon mal einen Torema. Spark. Leg einfach so ein Ding unter uns drunter. Ein Healing Stream. Mach die auch auf. Dabei. Wie geht es eurem Großen? Er ist auf 30. Passiv. Okay. Ich warte, wenn du was haben willst, Thorsten. Hol den Großen raus. Unserer ist jetzt down. Warte noch. Ja, jetzt. Matze, nächster Große. Mal. Oh. Oh. Mal. 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 Der Große ist auf 10 Geht wieder zusammen bitte Alter wie viel Zeit wir haben, das ist ja so krank Wie siehts bei euch aus? Gut 290 Wir sind jetzt gleich fertig Wir sind auch gleich fertig Lasst uns dann aber noch ein bisschen warten, wir können Trinket Procs und so alles wieder aufladen Wir verlieren ja sonst die Zeit Ne, die wird draufgerechnet oder? Nein Echt? Kliff nicht Wir sind fertig Wir auch Wir müssen noch die Sparks, ihr wrenchet jetzt, müssen noch die Sparks mal nicht, wir klicken 3, 2, 1, geklickt Hab auch Und rüber, go, pandas Noch auf So viele Hunde löschen, so viele Hunde Ja, viele Hunde löschen Bitte Ich bin Stun, pass auf Ich bin Stun, pass auf Ehm, Yves, hast du beim ersten Großen den Kampf wahrscheinlich? Nein, draw bitte Oder gehst du? Genau, Stun, Dispel Okay 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 Klick einer die auf bitte Ohne Kleine Und Hunde Aura Matze Neko, kriegst du die Kugel an? Oder? Ist schon, es dauert einen Moment Oh fuck, die Sparks mal vergessen Sieh ein bisschen Und laufen Ohne Ohne Lisa, helfe aus 40 Laut noch Bitte hier den Anima Golem back snipen Korki Korki, du hast, aufpassen Es explodiert gar nicht Ich weiß Ich hole nach den beiden Mobs hier in den Kopf Ist jetzt da noch Ich hole den Großen Ich muss noch mal laufen Funk Ist draußen Blattlast ist bei uns auch aktiv jetzt Ja, dann muss Ja, ich hab ein bisschen Lauter gebrüllt Lass auf, dass sie nicht hier kapiert Ah, der hier hat die Funken, komm auf Ja Funken, zwei Stück Wie geht es so groß als 40? 30 Ist jetzt gleich down Äh, 10%, ihr könnt rausholen Ja Ja Funken, bitte Ohne Ohne Marzena, ja, groß Viele Funken Wow Ohne dazwischen drinnen Funken, ist mit der Kleine Ohne die Erasierung Ich weiß nicht, ich hab ja Ich hab ja nicht gelesen, ja Das ist ernst Du musst mich gleich mal disponen Hier geht's anrußen Bm 40 Ist der letzte jetzt, wir spüren's Den mittleren hier noch, dann den Großen Und dann sind wir fertig Hinten ist noch Muss laufen Seht man denn was? Ich hab ja auch gemacht, früher oder so Ja, weiß ich an Hol den Großen raus Mal Zieh mal jetzt zur Seite Am 80 Am 80 Am 80 Am 80 Am 80 Am 80 Nach dem hier brauchen wir nur noch 5 Das muss sich locker ausgehen Das müssen wir noch machen Und so weiter ist auf 50%, wir werden easy fertig Wir haben noch über 1 Minute Zeit Was ist bei euch drüben? Sonst komm ich jetzt rüber, wir haben jetzt hier zu Hause. Naja, passt. Kannst du ein bisschen ziehen? Ja, ja. Ich komm jetzt trotzdem. Vergesst die Kleinen jetzt nicht bei uns. Die Funken. Ich geh jetzt rüber, also musst du dann machen. Wir sind fertig. Vielleicht klicken die jetzt an. So, dann klickt einfach. Ja, dann ist das alles. Problem oft. No, hier ist noch ein Spark. Wo war das Problem jetzt mit 2D? Damage. GearHeld.